Hey, hast du schon von der Wannsee-Konferenz von der AfD gehört? Von den Deportationen? Von den kräßlichen, fürchterlichen Deportationen? Ja, ich habe in der Tagesschau davon gehört. Ja, die wollen doch tatsächlich kriminelle Ausländer, die illegal im Land sind, nicht arbeiten, kein Deutsch sprechen und die Scharia über das Grundgesetz stellen in ihre Heimatländer zurückfliegen. Ist das zu fassen? Ekelhaft. Ich bebe vor Entrüstung. Wir müssen die Machtergreifung der AfD mit allen Mitteln verhindern. Nie wieder ist jetzt. Ja, unbedingt. Wer soll uns denn sonst unsere Ärsche abputzen, unsere Mülleimer ausleven, unsere Straßen putzen, unsere Pakete zum Mindestlohn ausliefern, wenn es in Deutschland keine Ausländer mehr gibt? Diese Nazis spinnen ja wohl. Ekelhaft.